Willkommen Freunde, zurück zu einer neuen Folge GTA 5 mal wieder real life. In der letzten Folge haben wir uns eine Schule, beziehungsweise um genauer zu sein, eine Universität angeguckt. Da kann man sogar rein mit Klassenräumen und so weiter und so fort. Finde ich sehr cool. Und von demselben Modder habe ich ja schon erzählt. In der letzten Folge gibt es auch noch weitere real life Mods. Und zwar gucken wir uns heute einen richtig funktionierenden Supermarkt an. Wie weit oder inwieweit, inwiefern der wirklich funktioniert. Das werden wir dann mal sehen. Und es gibt noch eine neue coole Sache, das dachte ich mir so als Kombination mit diesen real life Mods, ist, dass man ein Skateboard sich ausrüsten kann. Einmal so in die Hand nehmen und so, sehr cool. Auch hier mit dem Muster, mit dem Logo und so. Beziehungsweise, ist das nicht von, wovon ist das? Sieht so ein bisschen aus wie von, ja komm, ist egal. So, drücken wir mal K und dann, ey wir haben sogar die Geschwindigkeitsanzeige rechts. Sehr geil, kann ich das hier auch ausmachen oder so. Und dann kann ich das Skateboard fahren. Ich kann mich sogar, äh, sogar bücken. Wie war das auch? Boah, das ist voll cool, ne? Das macht, ey, ey, das ist voll nice. Richtig cool. Genau, da hinten ist, äh, sagt man die oder das Moll? Der, der Moll? Das, die Moll, die Moll, genau. Die Moll. Mega Moll. Und da gehen wir jetzt rein hinten, seht ihr schon, da ist der Eingang. Ey, voll nice. Oh, ich bin nicht dagegen gefahren. Ey, kann man einfach hier so, wir müssen uns auf jeden Fall mal so eine Strecke hier laden, einbauen. Und, also wirklich so eine richtig krasse Strecke, so eine Auto, also so eine Strecke mit dem Looping und so. Dass wir dann mit dem Skateboard da rumfahren. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. So. Na gut, okay. Zack. Skateboard in die Hand. Gucken wir mal kurz weg. Zack. Und dann gehen wir in den Supermarkt rein. Gehen mal in die Ego-Sicht. Zack. Und, wir sind im Supermarkt. Hey. Hi. Boah, hä, ist nie da hinten, oder was? Was ist denn hier los? Boah, da ist wieder sofort der Ausgang. Hier können wir uns natürlich dann, äh, anschauen, was wir denn haben wollen. Wenn wir zum Beispiel mal Golfen spielen wollen, das kann man ja auch hier im GTA, dann kauft man sich einfach hier mal Golfschläger. Oder gleich so eine ganze Golf-Ausrüstung. Das ist ein... Achso, ich dachte, das wäre ein Gitarrenkopf oder so. Das ist so ein Tennis-Spiel, ne? So ein Tennis-Schläger, so eine Tasche. Das sieht eher aus wie, äh, Fallschirme wieder. Ah, so eine Tasche von, äh, von Heat, ne? Wer kennt die Marke nicht sehr gut? Aber Frauen-Handtaschen oder so. Foto-Handtasche, oder, na, sieht aus wie eine Fototasche. Von ProLabs. Auch so eine Reisetasche. Und eine kleinere Tasche. Hier gibt's Donuts. Ring-Donuts. Oh, sehr nice, ey. Alleine deswegen würde ich gerne in Amerika leben. Wegen den ganzen geilen Donuts. Aber ich glaube, ich würde auch voll fett werden und voll zunehmen. Hier geht's dann ins Lager. Oh, geil, wie groß das hier alles so ist. Ja, so sieht das halt aus. In einer Mega-Mall in Amerika. Das ist gar nicht zu vergleichen mit einem Supermarkt in Deutschland. Oh, meine Stimme ist... Ich glaube, ich muss mal kurz was trinken. Oh. So, jetzt ist es aber deutlich besser wieder. Ich habe irgendwie einen Froschelmalz. Mal wieder. Ist einfach noch zu früh heute Morgen. So mal aufnehmen. Da ist meine Stimme noch nicht so ganz gefestigt. So, hier gibt's irgendwelche alte Farben. So ein altes, abgeranztes Sofa. So eine Couch. Ein Fahrrad. Ganz viele Paletten. Euro-Paletten und so. Wobei, sind das Euro-Paletten? Wir sind ja hier in Amerika. Das sind bestimmt amerikanische Nicht-Euro-Paletten. Aber was die alles hier haben, oder? Guck mal, sogar im Sale. So ein Bett hier. Ein Boxerspringbett. Nein, ist es leider nicht. Aber es ist... Boah. Habe ich letztens bei Ikea gesehen. Ich glaube, für 1000 Euro so ein Boxerspringbett. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Sehr gemütlich. So ein Fernsehtisch. Ist es ein Couch-Tisch? Weiß ich nicht. Ach, hier. Mit so einer Glasplatte drauf. Super. So Sessel, Couch, Couch, Sofa, alles mögliche hier. So eine Eck-Couch. So, sowas habe ich in der Art hier. Ungefähr, es sieht genauso aus von der Form. Auch, dass hier dann so keine Kissen mehr sind und so. Und dann sofort an der Wand. Sehr, sehr nice. Das ist so das, was meine gesamte Wohnung ausmacht. Die Couch einfach, habe ich das Gefühl. Riesengroß, sehr nice. Sind das hier die Verkoscher, die sich versteckt haben? Glaubst du schon, oder? So, hier kann man natürlich auch im Sale einen Billardtisch spielen. Ja, so ein bisschen Billard spielen. Taschenbillard. So, hier gibt es natürlich Taschen, die dann irgendwie 1000 Euro kosten. Wenn man sich so eine billige Plastiktüte mitnehmen möchte. Schade eigentlich, dass man dann hier nicht wirklich auch so den Einkaufswagen nehmen kann. Aber es gibt glaube ich sogar eine Mod, da kann man sich dann reinsetzen. Dann kann man den Einkaufswagen, habe ich das nicht mal gezeigt, als Auto, als Fahrzeug, als Fortbewegungsmittel nehmen. Auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. So, ich weiß nicht, was gibt es denn hier noch? Ach, Zigaretten? Gibt es hier Zigaretten zu kaufen? Okay, okay. Okay. Du kannst hinten hier nachfragen, wenn du Wechselgeld möchtest. Aber nice, Leute. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht so geil, ist so ein bisschen leer und so. Aber normalerweise kann man halt in diese Mall ja gar nicht rein. Das ist alles, was man halt hier drin sieht, hat der Modder dann designt oder halt die Sachen da reingesetzt und so. Die Decke und so, hat der halt dann so selber gemacht. Und das ist schon wieder nice. Die Idee einfach. Stellt euch mal vor, bei GTA 5 könnte man wirklich überall rein oder in jedes zweite Gebäude. Früher konnte man ja nirgendwo rein. In GTA 5 ist ja schon ganz nice, dass man halt in viele Geschäfte rein kann. Zum Beispiel Ammonation, verschiedene Kiosk... Kioske, Kiosken und so. Das ist schon cool, muss ich sagen. Und dann halt diese ganzen Mods, diese Real-Life-Mods. Eine nice Sache, auch wenn es hier so ein bisschen reinregnet. Ich weiß nicht, ob das so schwer ist, dass es hier auch hinzubekommen, dass es hier nicht reinregnet. Aber scheinbar nicht so einfach. Hier gibt es auch ganz viele Überwachungskameras. Ich weiß gar nicht, ob man dann... Aber hier gibt es ja keine Sicherheitsabteilung, ne? So ein Sicherheitsbüro, wo dann... Weil irgendwo müssen ja die ganzen Kameras aufgezeichnet werden. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, hier wird angeliefert. Also so ein Sicherheitsbüro, wo dann so die Monitore stehen und so. Dann sieht man da halt, was hier so passiert. Dann lauft man die ganzen Kameras zusammen. Also hier werden die Sachen angeliefert. Hier kommen die Lieferanten an mit der Ware an. Mit den Gütern. Guck mal. Freche Früchte. Freche Früchte. Äh, frische Früchte natürlich. Ja, da ist auch hier cool. Selbst Storage. Zack. Ach, das ist auch das Containern hier so gemacht, ne? Sieht man so im ersten Moment oder auf den ersten Blick gar nicht. Cool. Bin ich sehr nice. Aber noch nicer finde ich wirklich die Idee... Ach, hier kommt man... Hier kommt man nicht mal mehr raus, weil das der Eingang ist. Man muss dann entweder zum Hinterausgang gehen oder zu diesem Exit hier. Krass. Skateboard fahren. Das ist richtig nice. Hier kann es auch so ein Olli machen. Boah, Alter, wie hoch kann man denn hier springen? Das ist ja mega nice. Vor allem so mitten auf der Straße, ne? Es ist schon dunkel. Es ist voll am Regnen und so. Und mitten über die Kreuzung fahren. Oh, Alter, da kommt ein Tornado. Eieieiei, nein! Fuck! Gut, ja, ich bin in Godmode. Guck mal, kann man auch ein bisschen surfen. Gibt es bald bitte eine Surfmode? So, Sonnado bin ich wieder weg. Dann fängt es nämlich immer hier so ein bisschen an zu rückeln. Eieieiei, eieieiei, eieieieiei. Auch, hat sich langsam aufgelöst, zum Glück. Ist schon krass, oder? Ja, es ist halt, wenn es hier quittert, kann der random mäßig auch mal so spawnen, ne? Guck mal, wir fahren gerade im zweiten Gang. Boah, ich hab... Alter, das kann doch nicht sein. Ich hab noch eine gute Idee, wo wir mal hin können, zum Skateboarden. Venice Beach, das müsste irgendwo hier... Ist das hier die Ecke? Das ist hier. Egal, komm, wir fahren einfach mal da hin. Lass uns da mal hin, teleportieren. Reporting, Raypoint, zeigt... Das mach ich jetzt mal aus. Dann mach ich das hier auch mal kurz aus. Quatsch. Das hier. Äh, ja. So, das ist besser. Das ist deutlich besser. Ne, komm, wir machen das Wetter auch noch besser. Das kann nicht sein, dass es hier da und regnet. So. Ähm, wo ist der Skatepark? Ich glaub, auf der Seite irgendwo, ne? Ich glaub, da hinten... Genau, da hinten müsste der sein. Boah, wie nice einfach hier am Venice Beach. Da rumzufahren. Im Skateboard. Oh, die trainieren ja alle. Aber richtig nice. Voll die Pfützen auch hier. Geil, dass aussieht. Also, eine der besten Mods überhaupt mit dem Skateboard. Guck mal, der... Oh, der dehnt sich sogar noch ein bisschen. Das finde ich gut. Das ist da hinten der Skatepark. Skatepark. Aber die gibt's, glaub ich, auch schon länger, die Mods. Ich wusste nur nicht, dass es so nice ist hier. Ah, na, ja, cool. Ey, wie cool ist das denn? Ey, nein! Ah! Ah, fuck, man kann sogar hinfallen. Mann, das erinnert mich echt an... ...Antoni Hawk, ey. Das hab ich ja früher... ...ist so was von gefeiert. Aber ich konnte das nicht. Ich bin dann dauernd hingefallen. Ah, fuck. Ey, das muss man wirklich üben. Geht das mit dem Controller besser? Ich hab grad keinen hier liegen. So. Aber... Also, das ist wirklich... Ohne Scheiß. Es ist von der Simulation her... ...vom Gefühl... ...sehr, sehr cool gemacht so. Oder? Es gibt Skater hier. Skater Boys. Skater Girls. Die so sagen können, hey, das ist realistisch. Boah, ich wollte grad... ...hier herumgrinden. Ich muss das eigentlich mal über die Treppe machen. Früher bin ich sehr viel Skateboard gefahren. Sehr, 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 sehr cool. Aber ich war nie besonders gut. Deswegen hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Leider. Ah, scheiße. Man springt halt sehr, sehr hoch. Es ist so ein bisschen unkontrollierbar dann. Nein! Das ist schon wieder hingefallen. Gut, dass wir unsterblich sind. Oh, guck mal hier, sogar Blut über... Hm, das ist ja toll. Gibt's hier nicht eine richtig fette Halfpipe? Ja, nice! Nice, 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 nice! Ja, pfff... Ah! Ah, fuck doch nicht! Ey, ihr müsst... Es gab doch irgendwo noch eine größere Halfpipe. Wir fahren noch mal ein Stück weiter hier. Ich meine, der erwähnte Speech ist natürlich für Skateboardfahrer auch eine richtig geile Adresse. Muss man mal so sagen. Ach, guck mal, hier könnte man auch. Wow, bam! Wir fahren noch mal ein Stück weiter, ne? Wir springen einfach über Leute. Boah, geil! Aber aus der Ego-Perspektive ist es nicht so geil, ne? Wobei eigentlich auch. So halb. Na gut, der Arm ist so ein bisschen verpackt dran. Da hinten müsste noch eine Halfpipe sein. Was ist eine Halfpipe? Ich weiß gar nicht. Nee, da sind... Was ist das hier nochmal gewesen? Was haben die... Wie ist das hier? Ach, das... War das nicht hier... Da haben die mit den Bällen gespielt? Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie heißt das? Da steckt man die Bälle da in die Wand. Tolle Erklärung so, ne? Ach, ich hab das auch mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr. Oder ist das was anderes? Ich... Ich war ja mal da. Ich hab das ja sogar gesehen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Hi. Oh, wie cool das ist, hier langzufahren. Hi. What the fuck? Oh, sorry. Das war jetzt nicht extra. Ach gut, war ein bisschen extra. Wow, 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 wow. Auffassend, auffassend. Oh, nice, ey. Boah, ei, ei, ei. Ups. Also, ich finde, das ist bis jetzt so mit dem geilsten Ort. Also, mit dem Supermarkt ist schon cool, nice to have, so, ne, Realismus und so. Aber mit dem Skateboard ist ja noch geiler. In der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich mal den Flughafen zeigen, da kann man dann auch reingehen. Und mal gucken, bin ich mal gespannt, wie geil der dann umgesetzt worden ist. Weil so ein richtig funktionierenden Flughafen, das habe ich mir sowieso immer gewünscht. Aber wirklich, dass das Ganze simuliert wird, dass man auch wirklich dann irgendwie da über so ein Gate einsteigen kann. Man muss dann warten und dann gibt es vielleicht auch Verspätungen und so. Hey, voll Realismus und so. Voll realistisch. So, wir fahren aufs zum Thelamonica Pier und, äh, ja, gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Da kann man bestimmt sehr geil mit dem Skateboard hochfahren. Also, das Geile ist halt, diese Mod zu installieren, das ist sehr einfach. Es gibt da einfach so ein Skript, muss man zwei Dateien einfügen, dann einmal noch so, dass das Aussehen verändern. Ich weiß nicht, was da überschrieben wird, ob da was überschrieben wird. Es sind halt drei Dateien, im Grunde halt nur eine einfache Skriptdatei und eine, die für das Aussehen zuständig ist, für Skateboard. Und dann funktioniert das. Und ihr seht von der Physik her und so auch, dass man runterfällt. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und, ähm, wenn man gerade mal kein Auto hat oder man möchte halt hier zum Beispiel zum Pier hoch, das ist ja mit dem Auto mal ein bisschen schwer, äh, schwierig, dann kann man halt wirklich das mit dem Skateboard machen. Man ist schneller, als wenn man läuft und so. Man verliert keine Ausdauer, das ist cool. Und man kann auch sehr hoch springen. Oh, was war das denn jetzt? Und, äh, ja, man hat halt wirklich das Skateboard immer da. Mit, mit J kann man's halt dann, äh, mit K kann man's so ausrüsten. Dann drückt man, äh, drückt man J. Ne, genau, mit J ausrüsten, mit K steigt man dann hier drauf und dann kann man einfach hier rumfahren. Und, ja, werde ich euch natürlich auch mal verlinken, die einzelnen Mods unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Und, dann könnt ihr hier selber ein bisschen mit dem Skateboard über den Sight of Money Cup hier fahren. Und, wenn ihr wollt, auch gerne ins Wasser gucken, was passiert, wenn wir ins Wasser damit fahren. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Skateboard noch da? Ne, Skateboard ist leider weg. Na gut, das war eine neue Folge, einmal mit dem Supermarkt, in der letzten Folge haben wir uns die Schule angeguckt. Und, in der nächsten Folge dann wahrscheinlich der mehr oder weniger voll funktionierende, funktionsfähige Flughafen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, diese Mod-Reihe, diese Mod-Reihe, diese Real-Life-Videos oder Real-Life-Mods, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne mich abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und dann, bis dann. Ciao.